Alles klar, ich werfe jetzt rein. 3, 2, 1 3, 2, 1 Ok, und 3, 2, 1 Was hast du da zwischen deinem Bein und Ich flieg's ja nicht wirklich, oder? Schwimmst du unseren schönen Akku? Ah, ich seh nix. Ah, ich seh wieder was. Zim, unser Sturmhauben-Meister Meister, die Sturmhauben Bäh. Hallo. Ja. Ok. Ok. Jetzt ein bisschen weiter nach. Noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Oder sowas. Guck mal nicht einmal in die Kamera. Ok, mach's nochmal. Ich bin Ninja, wir müssen das rumschrauben. Ja, ist ja egal. Gut. Schmelz. Ok. Tim hat jetzt voll Schiss. Weil der hat jetzt an die Wand gesprüht. Du hast doch den Schiss. Du hast gesagt, da hinten kommen welche auf uns zu. Wir machen hier keine Schleichwürfe. Hat jetzt Angst, dass er... Was? Du trinkst Cola? Es geht hier um Wein, Junge. Du trinkst Coca-Cola. Powered by Coca-Cola. Ja, Tech-Profis. Und Tom Wett. Genau. Hier. Wir machen Werbung für Kreide, Sprühkreide. Weil, war nicht illegal, was wir gemacht haben. War nur Sprühkreide. Einmal Wasser und weg der Dreck. Jetzt kannst du den auch wieder einfach so rausziehen. Was soll das denn jetzt geht? Geht nicht. Ist doch schon voll weit rausgekommen. Da kommen Leute auf uns zu. Und wir gehen jetzt besser. Siehst du schon, kriegt der Tim Schiss. Weil Coca-Cola halt. Ist gut.